Ja meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute beim Vorstellungsabend in Leverkusen Alkenrath, das ist der erste Vorstellungsabend von der Karnevalsgesellschaft Mannport. Hier treten neue und junge Künstler auf, die ihr zeigen, ihr können zeigen, das ist die Husaren Tanzjugendgruppe der Karnevalsgesellschaft, die Ausrichter dieser Veranstaltung ist. Die ein knapp 5 Stunden Programm zusammengestellt haben. Das ist der Trainer vom 19. September 2015. 15 Vorstellungen von junger und neuer Künstler, aber auch wie alte Künstler, die sich bewährt haben, die hier auftreten. Das ist die erste Premiere im Karneval im Vorstellabend und das muss auch erstmal mit sich hineinwachsen. Mitarbeiter von Professor Georg Lauterbach und stellvertretender Vorsitzender SPD. Und haben auch einige Auszeichnungen schon bekommen, den silberen Stimmungsordner, den deutschen Schofenpreis. Und zwar. Gratuliere movies ... Filmen Lo Karne vaccine Mar momento cuad chưa sehr Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Das sich aber nachher wiederum wieder klärt. Applaus Untertitelung. BR 2018 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 Ein Lüftlische Eiwein, Schokolade und dann noch Pflaumenkuchen mit Zahnen. Lüftlische, da bist du doch, da hat er doch unsere richtige Kapitän. Selbstverständlich hat das eine Kapitän. Ich nenne mich alle mit auf das Schiff. Hey, jetzt komm! Oh, ey! Hey, oh! Komm, oh! Oh, oh! Oh, oh! Hey, oh, hey! Hey, oh, hey! Hey, oh, hey! Hey, oh, hey! Hey, oh! Bis zum nächsten Mal.